Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab August 2013 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich im Kreis Mettmann. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der nublierten Wohnung liegt bei ca. 27 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 600 Euro. Kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017